Hier steht sie nun also, die Star Clipper. Mit ihren 115 Metern Längen und vier Masten zählt sie zu einer der größten Passagiersegelschiffe der Welt. Wir freuen uns nun eine Woche an Bord der Star Clipper verbringen zu dürfen. Ihr Thomas Wagner Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier haben wir einige Fragen, die wir für die Schrift haben. Ja, wir sind mit dem Schrift, die Schrift ist ein Schrift. Wir wünschen uns allen unseren E-Peters und zurück-to-backen Gäste. Ich freue mich auf das Bord. Herrlich. 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 The news. Wir leben heute. Auf der Hände, auf der Hände, diese kleine Stadt blöde. Wir sind ein paar Folter, wir sind schön hier fertig. Wir sind ein Eisflug, 2.0.30. Wir sind ein Eisflug. Nun, wie war es ein, was ich bist. Ich bin gut, alles gut, der Bar ist offen! Ich bin gut, alles gut, alles gut! Ich bin gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut! Kulinarisch jagt täglich ein Highlight das andere. Beginnend mit dem Frühstücksbuffet, wo neben topischen Früchten Omelette oder Lachs zur Auswahl stehen. Mittags erwarten Sie wunderbare Grillspezialitäten, Fisch und frische Salate. Abends überrascht der Küchenchef täglich mit neuen Kreationen. Gäste und Früchte Kulinarisch 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 Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Was ist das? All right, first of all I wanted to ask you how you enjoyed how you liked it this week. You see also these little light markers over there. Maybe we can get even a lady team for a small set. Same period like Ephesus as well, still, Pythagorea had one... ...that one you did before. Oops! Oops! Yeah! So I see the view of the... ...and I'm going to see you. You can come here. Yes, I'm going to pass. Amen. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.